Hat das jede Firma, die auf dem Markt mit Ihnen konkurriert oder ist das ein Alleinstellungsmerkmal? Ja, es gibt unterschiedliche Firmen, die haben Drehgeber, die haben auch sicherheitszertifizierte Drehgeber. Es gibt auch Firmen, die haben sichere Steuerungen, aber die Kombination aus Drehgeber und Steuerungen, das ist ziemlich einzigartig auf dem Markt. Das heißt, das Tolle hier ist, es kommt alles aus einem Haus? Es kommt alles aus einem Haus. Wir von der Firma Kübler stellen sicher, dass diese Kombination auch funktioniert, dass die Schnittstellen richtig da sind und dass die Gesamtanlage auch wirklich dann dieses Sicherheitslevel bekommt, wie es gefordert ist.